Ja, in der Nummer 13 hier, ne? Poki, was machst du? Kuckst du an? Nein, 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 nein! Okay, okay. Ich hab' gefasten! Ich find's nicht! Ah, shit, ist das... 1.000 Errors. Ja, ja, also... Oh nein, wirklich? Ja, ich auch. Ganz ehrlich, Marcel, das ist noch Ausbau worden. Ja, überhaupt hier Errors sind noch nicht so. Egal, die Spiele seh' eh scheiße aus. Es geht ja um Spaß, oder? Ja, was... Ja, wenn die das trotzdem zocken können, dann... Also, ich hab' überhaupt keine Euro, aber ich hab' auch CSO, sonst... Du hast deine Kanalisation. Also, Leute, ich traf' die ganze Zeit mit Jen. Falls ich tot bin, ist die das. Falls ich tot bin, ist die Erde als Junge. Okay, das ist ja mega geräumt. Gork haut uns keine Lokomotive in die Fresse, der ist Detective. Verheißt mich. Hier geht's wieder hoch halt, ne? Gork kann mir auch sein Prinz Albert in meine Fresse hauen. Ist auch ein Problem. Hallo. Poki und Jen. Ding, 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 dong. Wo seid ihr überhaupt? Ich bin bei Gork. Ich weiß nicht, die Lab ist riesig, glaube ich. Kann das sein? Ja. Aber es ist nice zum... Ähm, warte mal, Jen. Kannst du scannt, Gork? Kannst du den Hattest machen? Mach mal den Hattest bei dem hier. Oh, du hast einen Raketenwerfer in der Hand. Alter! Alter! Ich hätte schon längst gekillt, keine. Bock! Ich bin mal ehrlich. Mach mal den A bei dem hier. Und du mich auch. Mach mal den A. Was? Sag mal Panik, warum bist du fest? Was sollst du euch mit ihm machen? Wie sollst du denn den Artists mit mir machen? Oh, ein Friendship Beam und die Hälfte wäre weg. Hm, ich steh mich mal lieber ein bisschen zu sagen. Keine Ahnung. Kann ich nicht. Geht nicht. Was macht der da? Ey, ich mach das nicht. Ich geh da nicht hin. Geht nicht alle auf einem Haufen. Auf einem Haufen. Wer ist denn das? Hm. Du schnittst dich aber gerade so hin, als würdest du richtig anlegen. Panik. Ich hab gesagt mit dem einen Friendship Beam und man wär weg. Ich hätt's gemacht, ne, wenn ich Traitor wär. Also jetzt Real Talk. Das stimmt. Aber vielleicht versuchst du auch Gedanken einzufladen. So schnau's ja nicht. So schnau's ja nicht. So schnau's ja nicht. So schnau's ja eigentlich nicht. Und Kalle ist es auch nicht. Weil der hätte mich längst weg gemacht. Da bin ich wirklich sicher. Da schießt jemand! Da schießt jemand in den Raum! Ja. Ja. Es ist Panik, 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 Panik. Wieso schießt du Furky? Das ist, das ist keiner. Wo ist sie denn? Junge, hör. Der ist doch, wie der ist. Wer kann nicht fliegen. Wer kann nicht fliegen. Wer kann nicht fliegen. Das ist keiner gewesen. Der hat gelacht dabei. 100 Prozent. Auf Hartmut. Jaaaa! Furky, das war so random, Alter. Alter, du warst noch. Ich hab ihm vertraut, du Wichser. Ich wusste, dass Hartmut auch die ganze Zeit war dir egal. Ja, Furky, du laberst so ne Scheiße. Du hast mich einfach abgekleiden, nur weil du Bock drauf hattest. Äh, nein, du hast gelacht. Äh? Okay, ja, ich hab' gelacht. Und? Ja, du darfst dich lachen, du musst ernst bleiben, meine Freundin. Okay, ja, gut. Ja, ich komm. Gemeisterdetektiv, du. Ja, Rock, ich hab' deine Arbeit geleistet, du, mein Freund. Was? Ich war doch gar kein Kleiner. Ich war doch gar kein Kleiner. War doch gar nicht so dumm, Kopf. Achso, sorry. Ich soll grad. Bist du dumm? Ist doch gar kein Kleiner. Ist doch gar kein Kleiner. Ist doch gar kein Kleiner. Ist doch gar kein Kleiner, meine Freunde. Oh, Mann, ey. Oh, der Tapos ist unvermacht. Ey, das ist ja so weird. Ey, Leute, guck mal ganz kurz. Ich bin... Nonsense. Ich kaufe keine Waffen. So. Ja, okay. So. Also wenn er auch mit Essen ist, der Traitor. Warte mal, wer Gork da oben steht, der will uns snipen, 100%. Was für ein Sniper? Ich hab' nicht mal eine Sniper. Hast du doch kaufen als Traitor? Ja. Ja. Muss man ja mal ein Traitor sein. Ey, Leute, lass mal Gorkopf fangen, ganz ehrlich. Nein, gibt doch gar kein Grund dazu. Hör mal auf, jetzt zu kaufen. Hör auf zu essen, spiel das Spiel, sonst muss ich dich töten. Oh Gott. Das war aber so eine Disco, oder? Ja, das war Disco, meine selbst. Oh, ein Schaf? Wo? Ich hab' doch gehört, oder? Ja, da, da, da fliegt. Ach, das fliegt, oder? Ey, irgendwas war'n mit damage. Das war'n mit anderes Schaf. Ja, hier hin, hier hin, hier drin, hier drin, hier drin. Recht rum. Er hat es gerade in Hand gehabt. In dieser Polizeistation ist einer drin. Au, irgendwas. Ja, in der Nummer 13 hier, ne? Okay, was machst du? Kommst du an? Okay, okay. Was, ich find's nicht. Ich hab' Jenny getötetet. Ich hab' Jenny getötetet. Jenny war traitor, Jenny war traitor. Okay. Nein, ein Schaf kam aus dieser Polizeistadt. Die kam aus einer komplett anderen Richtung. Ich stand da hinten. Wo jetzt fehlt drauf ist. Ich hab' Jenny getötetet. Ich hab' Jenny getötetet. Ich hab' sie überträte. Ich kann... Da oben ist... Ich bin hier. Gucki? Ich hab' abgerollt. Was war das? Gucki? 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 Ich hab' ne... Ich weiß nicht. Wer macht mich sonst? Da, ist noch eine Taschenlampe in meinem Haus. Da ist noch einer drin. Gucki? Warte mal, warte mal. Da oben! Warte fähigst du das! Das ist doch! Ich hab' nicht gemacht! Ich hab' nicht gemacht! Der letzte Traitor ist im Haus. Es ist keiner von uns. Es ist nicht vorky, es ist nicht vork, es ist nicht paniky, es ist eine andere Person. Das ist er. Ich hab die Schafe nicht verstanden. Ey, ich glaub nicht, was ich gemacht habe. Ich hab mir ein Battle geliefert mit meinem Spiegelbild. Ich hab die halbe Runde damit verbracht, gegen mein Spiegelbild zu schießen. Ich denk, warum stirbt der nicht? Alter, wirklich? Oh mein Gott. Und dann hab ich die Schafe nicht kapiert. Machen die kein Damage? Doch, 40. Doch, aber nicht so viel jetzt. Endlich wieder Traitor. Ja, Detektiv. Man kann ja die Türen aufmachen. Bei mir steht noch Traitor-Freund steht bei mir vorgibt. Halt den Maul. Was soll das noch? Mal hier eine Grafikkarte looten? Was hast du in der Hand? Ja, lass mal einen mitnehmen. Vora mal aus, wo sind die? Da waren schon Leute vorhin. Ich bin schon am schmatzen da, geil. Wie das juckt, man nicht so. Also wenn ich tot bin, hat Panikfeil mich in der Toilette erschossen. Ja, GG. Und wenn ich tot bin, hat Kalle mich in der Toilette erschossen. Ja, GG. Marcel, warum läufst du mit dir? Ich kann nicht als Waffe finden die ganze Zeit. Komm her, komm her, komm her. Da liegt ein M4. Hier rein. Hartmut. Hier rein. Hallo. Mach ich. Jetzt schon wieder einen Unschuldigen erschießen. Wieso? Du warst doch nicht im Traitor. Nein. Geht doch, Junge. Was? Jetzt hol dir deine Waffe. Oh mein Gott. Wer war das? Also Kalle nicht. Ah, ich werde mich stoppen. Und äh. Es ist Aster. Und wer auch immer noch auf mich schießt. Nee, ich war das nicht. Vertraue keinem, der sein Schmähbild nicht erkennt. Oh, danke. Oh mein Gott. Schlo war es ja wirklich nicht. Dann bist du es. Ich bin Detektiv, du Faust. Ich bin Detektiv. Dann muss es ein Server-Bug sein. Dann ist es ein Server-Bug. Ja, ja, ja. Du hast noch 40 Sekunden, ne? Panikvieh war der andere Traitor. Ja. Weißt du, was ich außerdem gemacht habe? Mhm. Ich habe sie mitgekillt. Mhm. Aber weißt du, manchmal sind Opfer notwendig. Krupellos bist du, ne? Es tut mir leid, Panikvieh ist aber keine Absicht. Ich habe erst zu spät gesehen, dass du auch in der Dingens drin bist. Ja, du, kein Problem, weißt du. Ich bin nicht so nachgekommen. Sag mal, wer hat mich erschossen? Du bist so sass, du warst so super sass, Alter. Du hast jeden angezielt. Du bist ja derger. Ja, aber sag jetzt mal Ashton. Ja, isst du wieder deinen Cheeseburger, Junge, dass ich wieder nachts um einen Uhr zum McDonalds fahren kann? Oh, nee, ich gehe heute auch zum McDonalds wieder. Danke, ey, Schluchwax. Das ist Lachs mit Gemüse. Ja, beim letzten Mal musste man zum McDonalds gehen, deswegen. Was bist du gerade, zwei Big Macs? Ey, jetzt muss ich wieder zum McDonalds, ne? Ja, ich wollte auch an dem Tag, aber ich habe am nächsten Tag gehört. Ich bin der Dektiv. Ja, aber ich muss da hängen zusammen ab hier. Hä? Das ist immer Foki. Das ist auch schlecht. Ich bin gar nicht da. Alter, warte ich, wie ist so verplant, Junge. Ey, was macht ihr? Schlo hat geschossen. Ah, nee, das stimmt auch gar nicht. Ich habe nicht beide bekommen, mein Gott. Ja, Schlo hat geschossen. Wer ist Schlo? Ich habe auch Schlo geschossen. Karyon hat Schlo erschossen. Dann kann es nur Kalle sein, dann kann es Panikvieh oder Jen sein. Jen oder Asta oder Asta oder? Also für mich sind es alle nur nicht Karyon. Oh, Schlo war Traitor. Hä? Hä? Hat mich fast auch gesagt. Achso. Jenny, ich glaube, du bist ein bisschen As-Kracht der Aussage, oder? Ja, ich bin immer As-Kracht. Also hier hinten drin ist As-Kracht. Ja, ich bin hier drin und gefangen. Rausgehen. Ja, wieso kann man hier rein und rausgehen? Kann man hier rein? Nee. Alter. Ich habe einen Schloss abgegeben. Na, was macht ihr jetzt? Hier ist Gorg. Alter, ich check's überhaupt nicht. Wo sind die denn jetzt? Wer auch immer Traitor ist, noch 17 Sekunden. Nein, dann ist noch Overtime. Was gibt's eigentlich dann so ein Teil, weil der gibt da gar keinen Sinn? Ja, warum callst du das überhaupt Jenny? Weil das so unsteht. Ja, aber es ist doch irgendwie voll... Nicht so schlau. Doch, weil da muss ja rauskommen. Ja, ich glaube, Janice ist es nicht. Ich glaube, Janice ist es nicht. Janice ist es, weil sie so auf Wannabe, wer auch immer Traitor ist, macht. Es ist ein Carrier. Hast du die Karte? Nee, nee. War, 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 ich habe ja eben einen Schuh gekriegt. Ja, ja, dann Panikvieh oder Kalle. Ich glaube, es ist aber Kalle, weil er Jen die Dinge ins Schieben will. Ja, ja, doch, doch. Hä? Ich will ich über Jen gar nichts reinschieben. Doch. Und zweitens, war ich das ganze Early Game in einem Klo eingeschwirt, weil jemand eine Brandbombe davor gespürt hat. Ja, das war ich. Fliere doch was. Oh, der Panik schießt auf mich, Panik schießt auf mich. Oh, macht das denn so? Hä? Hä? Wer hat das alle noch? Warum schießt ihr denn so random auf mich? Hä? Hä, wer war das denn? Hä, wer war das denn? Ich hab mich einfach zu Ende, oder? Nein, wer liegt doch noch. Ihr habt euch so angeguckt eben, ich dachte, ich kriege euch safe, call beide, was ein Schaden gemacht. Ich dachte, ihr schießt einfach so mega random auf mich. Nö, ich hab nur, ich war die ganze Zeit zusammen, Mann. Ihr seid ja nicht mehr auseinandergegangen. Aber kaufst du ein Fee mit C? Hm, nee. Was? Na, ich hab's auch gecheckt. Ich hab noch nie als Kälter angeguckt. Oh mein Gott, das macht am meisten Spaß. Ja. Ich war eben gerade in Trader und ich hab vergessen einzukaufen. Hätte man denn gesehen, wenn ich so ein Zug in der Hand gehabt hätte? Es ist ne Knarre auf jeden Fall. Ich glaub, man muss halt schon ein gutes Auge, ein gutes Auge für haben, ich weiß es nicht. Ich glaub, das ist ne Diegel bei dem Zug. Dann kann man halt sagen, ja, schieß doch einmal mit deiner Diegel. Es gibt halt keine Diegel zu finden, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Doch, ich hab eine. Ja? Ja. Okay. Spiele ich jede Runde, mach gar keinen Schaden. Äh, vielleicht wirst du ja auch nicht. Nee, bitte. Sag mal, deine Waffe, die du gerade hattest. Hm, die? Hallo Jennifer. Warum sollte ich dir jetzt verdächtig sein? Ach, Ruki hört eh schon wieder nichts zu. Komm, scheiß drauf. Ganz im Ernst, was gebe ich mir überhaupt noch Mühe, mit irgendeinem zu reden? Ich geh wieder ein, ja, ja, laber mich nicht an. Warum? Ich glaub, Panik viel ist es. Ist komisch. Was da oben? Sowieso. Hast du? Ich hätte schon nur die ganze Zeit eure Rübe, ich hätte die Rübe von Schlorox richtig wegfetzen können. Aber da steht einer auf dem Dach, ich hätte dich aufzählen und alle erschießen können. Ah, okay, hast du mich beobachtet? Ja. Was hast du da oben? Nee, haben wir es nicht mal, muss mich mal töten. Warum? Äh, was macht er? Ey, der Bobo hat uns so richtig sass gerecht, würde ich den jetzt. Wo ist der? Was wen? Komm, mach was. Du bist immer nur auf Krawall, du willst immer nur ärger. Nee, der wird was. Der brüht noch so richtig. Hast du was explodiert? Hier vorne war das. Irgendwo am Haus? Doc hätte mich gekillt, der ist es nicht. Wo darfst du hin? Ich bin hier bei euch, aber ich bin mit Gork unterwegs, der hat mich gekillt, glaube ich. Ähm, ich glaube, der Gork ist es nicht. Was hat der ein Team? Schlo ist ein Halb... Ja, genau, könnte sein, aber ist es nicht halt der Fall. Und Schlo ist so ein Halb-Halb-Ding noch. Jetzt bin ich ein Halb-Du bist ein Halb-Halb-Ding. Oh, nein, nein, ich bin Schlo! Hä? 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 Was ist denn Schlo? Ich wusste es, er ist ganz... Nee, warte mal ganz kurz. Karyon, sag mal nochmal was. Er ist tot, ich sehe das gar nicht. Kann ich mal jemand gedingenzen, wenn nicht, dann ist es Schlo. Wie kann ich es denken, warte? Mit E, einfach. Und dann steht, ja, ja, dann ist es Schlo. Er ist ein Ganser, er ist ein Ganser. Ja, und der Nächste, bist du komm her, du Sepp. Das will ich, komm dir nicht. Ja, aber jetzt wirst du wieder auf mich schießen. Und ich hab Panik viel. Nee, Abbruch, was macht ihr denn? Das war Kalle. Wir haben keine Zeit mehr, wir haben keine Zeit mehr. Ja, deswegen hab ich auch geschossen. Ich hab versucht, euch in so M4-Dinge, äh, in so Claymos reinzubeten. Das war die Explosion, aber das hat nicht so gesehen. Das war die Explosion, aber das hat nicht so gesehen.